Moin und Willkommen zu einem neuen Cuphead Trash Video und zwar ich habe jetzt längere Zeit kein Video mehr hochgeladen und zwar das liegt an anderen privaten Gründen gelegen und zwar mein Opa ist leider letzten Freitag gestorben also das ist in der Woche her weil ich nehme das hier gerade am Freitag auf und dann hatte ich jetzt leider für nicht viel Zeit irgendwas hochzudenken. Ich weiß nicht ob am Wochenende irgendwas hochgeladen habe, unter der Woche weiß ich auf jeden Fall dass ich ein Barter-Debald Video hochgeladen habe und mir eigentlich nicht weil ich für mehr leider keine Zeit hatte und es tut mir leid, ok, aber es hat einfach, ja ich hatte gesagt, ich habe persönliche Gründe gehabt, so jetzt würde ich sagen gehen wir erstmal hier in das nächste Level hitziger Jahrmarkt rein, während ich hier über weitere Dinge sprengen würde. Ich habe unter der Woche auch noch versucht ein Smash Video hochzudenken, habe ich auch dann gemacht, aber ich habe die Datei, ist dann irgendwie gelöscht worden und ich habe sie dann halt irgendwie verloren, aber ich habe jetzt vor dem Video, ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz auf dem Dingens, da müsste ich jetzt mal ein paar alte Videos von meinem Aufnahmegerät löschen müssen und weil ich jetzt schon relativ viel drauf habe und da musste ich jetzt erstmal ein bisschen was löschen. Und jetzt will ich erstmal hier, am Anfang war Magier und diese Ballons hier, das sind die sehr nervigsten Gäden und so, wenn man die abschießt, dann explodieren die in 5000 Teile und ja, nun wollte ich es nochmal gesagt haben. Und dieses Trampel, mit dem müssen wir jetzt hier drüber kommen, über die Kacke. Oh ne, Bombe, machen wir jetzt aufgeschlossen. Ich glaube ich kann einfach wieder starten, ich habe nur noch zwei Leben, Null. Ich habe das Video auch gerade die ersten 1.30 Uhr schon mal aufgenommen und ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz auf meinem Aufnahmegerät gehabt und jetzt habe ich halt geschaut, was da noch alles drauf war. Also, ich habe jetzt wieder auch ein paar Mal gelöscht, dann kann ich das Video auch jetzt wieder aufnehmen. Ja, und jetzt habe ich das Video, was ich eigentlich, das Smash Video, was ich gedacht habe, das gelöscht wurde, habe ich jetzt wieder gefunden. So, jetzt kann das Video dann doch einfach normal irgendwann hochladen. Juhu. Und ich habe auch sehr viele Videos, die ich nicht mal wusste, dass ich habe, gefunden. Und die werde ich jetzt auch wahrscheinlich irgendwann in so eine Place, man Trash-schüss, die ich wusste, dass ich habe oder so. I don't know. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf dem war ein Clown drauf und wenn man den umbringt, dann wird der Ball 15 Mal schneller. Schau, jetzt seht ihr den nochmal und wenn ich den jetzt kille, 15 Mal schneller. Aber das Ding kann mich besser rüberlammen, als den Typen. So, jetzt hier werden wir durch den Bouncy hochkommen und jetzt diese Plattformen werden, wenn sie abgeschlossen werden, runtergehen. Und zwar von diesen komischen Bällen hier. Hupp. Ja, so. Let me pass. Und zwar, die Bälle werden von komischen Kanonen geschossen, zu denen wir gleich kommen. Und die kleinen Männchen, die sollten uns eigentlich nur aufhalten. So, das ist jetzt so ein kleiner Miniboss mit den Kanonen. Die sind schon wieder down. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt, wie gesagt, länger nicht hochgeladen und ich werde jetzt wieder mehr anfangen, mehr Trashvues zu machen und auch alte Trashvues, die man wusste, dass ich auf dem Gerät drauf war, mal hochgeladen. Manche von denen werden auch relativ, sehr kacke sein. Manche sind auch einfach funny. Bei dem Dude gibt es einen Trick, man kann ihn zwar von unten abballern, aber wenn er nicht so angreift, wie er gerade macht. Wenn er so angreift, hätte er nicht abballern können, aber er hat direkt einen asozialen Move gemacht. Aber ja, wir haben noch drei Leben, ist schon ein relativ smooth aus. Und jetzt kommt noch ein Miniboss. Irgendwie gibt es in Level sehr viele Minibosser. Ich meine, nicht den Brezeltyp da, nein. Ich meine, den Dude, der gleich kommt und jetzt, wenn man uns das gekotzt hat, Salad oder irgendwas, ich weiß nicht, was das ist. Das andere ist Mayo, das weiß ich nicht, das ist Ketchup, aber das andere ist Kotze. Ich will mal Näh, ich will mal Kotze, weil... Das ist Kotze, besser als Salad und ich bin gestorben. Ja, das war kritisch, weil das Level gleich ausgewiesen. Geil. Er hat mir jetzt vier Minuten drin und ich habe nichts hinbekommen, Junge. So, irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber das habe ich gerade vergessen. Professioneller LPR, ich weiß. Ich weiß nicht, mir ist gerade etwas eingefallen, das wollte ich glaube ich nicht ansprechen, aber ich mache es schon mal. Und zwar, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt in Smash, habe ich jetzt auch Dingens, habe ich ja auch mal gesagt, dass ich Restart, weil ich schon wieder betroffen worden bin, billig, dass ich Online-Parts auch mit Viewern halt machen will. Also ich weiß nicht, aber das wird nur ein bisschen warten müssen, weil mein Internet auch gerade irgendwie abspackt. Ich weiß nicht, weil ich das mache, ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil ich meine halt davon, dass der erste Part wurde irgendeine Fehler in zwei Teile geteilt und den anderen habe ich jetzt irgendwie verloren. Aber jetzt habe ich ihn eh wieder gefunden, also passt er wieder. Irgendwie das LP, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Bock auf sich selbst. Ich weiß nicht, warum. Warum? So. Den Duel wegmachen, die zweite Coin kassieren. Ich glaub, das zweite ist. Weitergehen. Mein Gott, wir waren mit euch hier schon mal. Irgendwie läuft der Level in Klinis. Bei einem Level habe ich irgendwie failed. Die Boss schlafe ich immer relativ schnell. Aber bei einem Level fehlt irgendwie. Keine Ahnung. Platz bin ich da. Jetzt wieder da. Gib mir da Coin. Jetzt lad mich durch. Junge, 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 Junge. Was hast du dir vorbei bitte? Bitte. Ah, natürlich kommt da ein Ball. Habe ich auch riechen können. Und dann kommt auch noch eine. Ja. Logisch. Logisch. Ich glaube, das könnte man sogar wirklich riechen können. Der wahrscheinlich von der Mitte. Ich weiß, das ist halt oben, Mitte und unten. Das hätte ich sogar wirklich müssen. Aber... Ne. Kack, Magie. Hab ich jetzt auch noch mal ein Treffer rausgekommen. Mal jetzt. One in a tier. Easy mach ich das jetzt. Ne. Der Minibus ist relativ easy. Und jetzt kommt der Teil, wo ich wieder sterben werde. Und so der mit der Kotze. Der Mayonnaise und dem Ketchup. Jetzt geh wieder weg, Mr. Brezel. Natürlich kommt genau da hin. Das Level läuft irgendwie nicht so, ne. Ah ja. Wie gesagt, die Jump'n'Run-Level haben irgendwie so keinen Bock auf mich. Ja. So. Ich bin heute eh wieder, glaube ich... Also jetzt ist gerade 5 Uhr oder so, glaube ich, bald. Das war meine, ne. I don't know. Aber ich werde heute, glaube ich, noch relativ viel... Ich habe jetzt schon gesagt, längere Zeit. Ich werde heute wahrscheinlich viel aufnehmen. Aber auf jeden Fall versuche ich es mal wieder. Viel zu bringen. So. Ich werde es nicht jetzt hochladen. Am Freitag. Aber... Ich werde versuchen, viel schon mal vor aufzunehmen. Falls ich anderen Tagen wieder keine Zeit habe. Weil... Ich will nichts mehr, dass wieder so die letzte... Die Woche gerade, dass es nur unter der Woche ein Video gekommen ist. So. Wir haben sogar einen Anzap, glaube ich, heute gemacht. Vorher habe ich 6 gehabt. Jetzt habe ich nur 15. Irgendwie gesagt, nein, lass mich hoch. Ich mache es nicht mehr. Ich habe mich auch sehr verletzt. Ich habe noch nicht äußert. Ich habe geweint. Komplett so. Na, I don't know. Keine Ahnung. Das war vielleicht... Vielleicht, wenn der... Vielleicht, wenn der... Schaut, der Dude. Ja, wenn der... Schaut, der Dude. Trotzdem noch. Wenn du willst, kannst du mir auch in den Kommentar schreiben. Was ich wirklich falsch gemacht habe. Ja, was habe ich gemacht? Spaß. So. Hier unten ist... Coin. Clown. Geh wieder weg. Dankeschön. Lass mich dein Geld stehlen, Junge. Ah, Ball. Mach keine Bälle, du Kack-Magier, Junge. So. Jetzt gehen wir hier vorbei. Dodgen. Ah. Magier. Nein, 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 nein. Lass mich vorbei. Please. Jetzt werden wir wieder sterben, weil jetzt kommt wieder der Currywurst-Typ. Der Kotze und Mayonnaise und Ketchup auf uns haut. Ah, Mayonnaise. Ah, Ketchup. Ah, Mayonnaise. Ah, Ketchup. Ah, Mayonnaise. Ah, Ketchup. Ah, Kotze. Nein. Ja. Ja, natürlich ist er genau dann gestorben, als ich drauf... Ach, komm. Ich muss da halt dodgen, weil da wäre was gekommen, glaube ich. Oder? Weißt du was gekommen? Ich weiß nicht. Ich glaube, sonst hätte ich es nicht gemacht, oder? I don't know. I don't know. I don't know. Naja. Ich schieße auch die ganze Zeit halt. Bei Mario ist es halt automatisch auch, dass man rennt, wenn man Y und X drückt. Also ich drücke Y mit B. So spring ich halt. Und ich drücke auch in dem Game ist halt auch auf Y mit mir springen. Y schießen und B springen. Und ich drücke auch die ganze Zeit halt Y, weil es ist halt erstens bei Mario spielen Rennen und bei dem Game ist es halt schießen. Und schießen muss man eigentlich immer. Außer bei den Ballons hier. Da ist der einzige Moment, glaube ich, in dem Game, wo man nicht schießen sollte. Dead some Bullshit. Naja, siehst du, das haben keinen Pänen. Jetzt ist er nämlich von der gekommen. Von unten. Kommt jetzt wieder von einer von unten? Ja, okay. Jetzt haben sie es gerade. Also Mitte. Jetzt kommen wieder einer von oben. Jetzt kommt einer von Mitte. Und wir haben es geschafft. Jawohl. So, let's go. Let me through. Geben uns die Münze. Weg, sneaken. Magier, bitte geh weg. Boah, einmal wegen der Magen hätte ich getroffen worden halt. Halleluja, Bro. Please die. Thank you. Okay, ich habe drei Leben für den Dingertyp. Aber das kann nichts heißen. Ich glaube, vorher habe ich auch drei Leben gehabt bei ihm. Und trotzdem noch gedeiht. Ich habe eine Mäge geholt, die, falls ich zu ihm kommen würde, diesen Mal, dass ich ihn da reindrücken kann. Der Typ verreckt und mich nie wieder stört mit seiner Mayonnaise und Kotze und Mayonnaise und Ketchup und Mayonnaise und Ketchup und Kotze. Ja. Gutes Kommentar, ich weiß. So, jetzt komme ich glaube, ich bin gleich beim ekelhaften Hotdog-Menschen. Ey, die ganze Zeit. Kacke auf die Haut. Jetzt friss das. Stirb. Ja, das ist gefressen. Ich bin ziemlich sicher, dass du Kacke schmeckst, wenn dir der Kotze drin ist. Aber ey. Das Level freut mich schon, wenn ich das aufgenommen 100% mache. Das wird ein Spaß. Juhu. Zehn Minuten läuft es jetzt schon und ich habe ein Level geschafft. Ich weiß nicht, ob ich noch was machen würde. I don't know, ob ich hier noch verlangen würde. Okay, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich mache noch irgendwas rein. Nicht wieder zehn Minuten mehr. Soll ich irgendwas noch reinmachen? I don't know. I don't know. I don't know, I don't know. So, hier eine Brügge noch rum. Das gehört mir auch zum Shop dieser Welt. Ich habe nämlich neun Münzen. Alter, ich könnte mir eine Rolex kaufen gefühlt. Aber was kaufen wir denn hier? Schönes. Ich kaufe mir. Hello. Ich kaufe mal. Unsichtbarer Sprinten. Du lässt beim Sprinten keinen Schaden. Ah, I guess. Ich kaufe mal. Das mal. Jo. Jo. So, und zwar. Den ganzen Kack. Äh, ne. Warte, ich wollte nicht gehen. Nein. Ich wollte nicht. Ich kaufe mir den ganzen Code hier. Weil, wenn man alle, also wenn man außer einen alle von den Teilen kauft, von diesen ausrüstungsgegen schenken, dann kommt nämlich das mein Lieblings-Eylam. Und zwar das Doubleherz. Dö, 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 Dö. Wäh, Dö, Dö. Dö, 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 Dö. Ich hab ein Doubleherz. Yeah. Hier. Kann ich mir jetzt noch nicht kaufen, aber nächstes Mal dann vielleicht. Eigentlich wollte ich mir gerade das Ding jetzt kaufen. Und das zum Parieren gleichermacht. Aber ey. Ist ja eigentlich egal. Ich werd's eh nicht so benutzen. weil wenn ich dann eins von denen gekauft werde ich auch mal das zu verdienen und zwar ich benutze mal die rauchbombe die ist glaube ich relativ beliebt bei dem boss hier ne die mache ich jetzt nicht normal mit dem rauchbombe ich mache jetzt bei dem übrigens nicht weil das flugboss beim klauen machen wir mal eine rauchbombe auf leicht die einen haben wir auch noch nicht auf leicht gemacht den müssen wir noch mal machen aber ja und so der klauen die peter klauen oder die heißt glaube ich so fangen wir an er geht sein kugat rein die hände runter und ich glaube dass da ich mal hätte ich halt dort schon müssen meine finger schlafkollegen gar nicht weiß nicht warum aber so ideen der weg gedutscht den müssen wir immer weg machen denn sonst kriegt man jetzt ausgliedern hätte ich halt nicht weg machen müssen die reparieren sollen und die der jetzt ist halt beim deutschen aber wir müssen auch und ich finde richtig hinein gedutscht perfekt dann wäre alles die mit nur die benutzer aber ich bin einfach der hard player also ist ja schon meist wenn man beim deutschen nicht getroffen im inwesel so jetzt hat er sich in seiner zweiten phase kraften zwischen komischen und aufgeblasen hunden ein und mir ist schon aufgefallen was in der phase jetzt einfach ist aber ich werde natürlich noch nicht sagen weil das wäre glaube ich ein kleiner spoiler für den hauptboss so ich glaube jetzt kommt die letzte ja in der phase wenn wenn das wieder ok wenn das teil jetzt wieder nicht kommt dann wäre die phase auch relativ einfacher also wieder zum gelben oder du bleibst im grünen das gelber trotzdem ich habe mich dücken müssen das ist überhaupt warm das ganze eine todesanimation warum hat der ganze eine todesanimation gemacht er war noch nicht tot was das und ich habe gegen einen leichten boss verhakt ja mein skills heute wirklich nicht so auf dem auf dem lamper parierleistung yay wie immer habt ihr jetzt gesehen dieses dodge teil für was das gut ist für was dieses coole teil gut ist and rip you i guess wenn ich jetzt nochmal verkacke zeige ich noch ein anderes gadget ich werde auch mal versuchen es gibt ja auch einen two player in kappen den werde ich auch mal versuchen zu zeigen aber das ding ist ich weiß nicht weil ich werde jetzt bald zur dritten welt kommen also jetzt nicht so bald aber redlich bald und da werden die boss halt schon auch wieder kommentar sein und ich weiß nicht vielleicht michel wenn er kommen würde also wenn er wieder mal in der zeit aufzudauern würde ich wahrscheinlich in der welt die ich schon gemacht habe ein bisschen duplier zeigen weil das game ist ja hart und warum versuche ich unter ihm zu stehen ich glaube das geht ja in normalen dingen kann man nicht unter ihm stehen oder ja in normalen dingen kann man unterstehen darum habe ich es wahrscheinlich versucht wir duggen der boss ist schon sehr anders so auch wieder also die fahrt auf jeden fall und ich bin natürlich hochgegangen ahm stupid da kommen jetzt wieder die grüne ok so ja ein knockout und alle meine hand ist gleich eingeschlafen ich weiß nicht warum dann werde ich jetzt hier für das erste mal ich würde auch ein bisschen wein machen aber meine hand ist eingeschlafen und da habe ich eigentlich keinen bock mehr weil das ist kackst oder zocken das ist jetzt vorher aber auch beim boss sagen am Anfang schon gewesen aber wahrscheinlich verkackt lul dann werde ich hier jetzt mal auch den schönen pad kuhpad beenden und ich weiß nicht wer da jetzt wahrscheinlich wollte noch was aufnehmen und ich habe ihr gesagt ich habe viele alter beschissene videos übrigens gefunden die ich einfach glaube ich irgendwann random einfach hochladen werde weil content lol wir haben einen tag an das nicht gehabt aber ja ich weiß nicht ob das video überhaupt heute hochladen von kackpad auf jeden fall ciao lol weiß ich doch gar nicht bei doch